Ja, Mann, was hast du denn da gefunden? Ja, sitz! Ja, nice! Komm, mit dir machen wir schnell eine Begrüßung, bevor er wegräubt. Eh! Ah, ist weg! Ah, nein! Nein, sitz! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Mördervideo auf meinem Kanal. Heute mal wieder zusammen mit Cubestar. Hallo! So, und die liebe Emi und ich gehen jetzt gleich mal zusammen in die erste Runde. Ich hab eine nach. Ja, Mann. Oh! Ja, moin. Ja, moin, ja, moin, ja, moin. Wollen wir uns beide in dem schwarzen Loch umbringen? Ähm, ja. Ich find kein Gold. Können wir machen. Warte, ich bin da beim schwarzen Loch. Komm, kommst du. Ja, wo war denn das? Oh Gott, das ist immer ein Gest... Der Detective Worte, fuck. Jetzt schon? Also, das ist ein schneller Mörder. Ja, halt. Okay, lass ihn umbringen. Nein! Aber der Detective, ich hab den Detective irgendwie gar nicht getötet, es war jemand anderes. Mann, es war mir irgendwie so klar, dass du der Mann bist, ey. Ich glaub, der Detective hat irgendeinen Unschuldigen getötet. Weil den hab ich nicht getötet. Ich hab jetzt nur die drei da grad eben. Also, inklu... Also, dich immer glücklich. Komm, die Rote gewinnst du. Ich weiß nicht, ich hab noch nie als Mörder gewonnen. Ich nicht? Ich schon. Hallo. Boah, ich kann das gar nicht mehr so schnell, sonst konntest du so sau schnell aufs Schwert wechseln. Nee, den brauchst du mir zu verfolgen, das ist mir zu viele hinten gerannt. Oh. Oh! Jetzt hat sie... Jetzt ist es, was du willst. Oh mein Gott! Oh mein... Ah, der ist weg! Das war jetzt verdammt eng. Irgendwie, ich hab grad... Ich weiß nicht, soll ich hier bleiben? Lade es da. Ich fink... Ich fink nix, ey! Ich fink nicht gleich, ey! Könnt ihr nicht mal Deutsch hier auf dem Server, ey! Ich glaub, es geht los! Ah, da ist ja noch einer. Ich lade es da! Ich weiß, was soll denn das jetzt heißen? Leute, ich bin's nicht! Ah, guck mal, wer da liegt! Sag mal flutschen, nimmst du nicht? Nö, ich bin nur vorbeigelaufen. Hallo! Hallo! Na gut, ich hab ne Mörderchance von 11%, mir war es irgendwie so klar, dass ich's fährt. Lass mich raten, ich stehe da oben hinterm Fenster. Naja, aber fast. Na doch. Da oben steht doch einer. Hallo! Da hinten steht noch einer, einer kommt! Oh, der wird dich nicht sitzen. Dö, 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 dö. Wow, der war ja kommt! Wie viel sind es denn noch? Zwei! Wann wird's mir angezeigt? Äh, ich hab nicht so eine Minute. Ja, ich guck mal. Da werde ich damit gezählt. Gucken wir, ob die sich irgendwo vercampen oder ob die rumlaufen. Ähm, der eine kämpft. Es kämpfen beide. Oh, ich hab den Geheimgang geöffnet. Super, wenn beide... Ey, darfst du Tipps geben? Nee, ne? Nee. Ach nee, weißt du was? Ich bring dich gleich um, wenn du jetzt so einen Scheiß behauptest. Ich bin kein Mörder, ich töte nämlich nur kleine Kinder. Ah, mein Gott, du warst grad so knapp bei dem. Junge, andere, warum? Sorry, das muss jetzt sein, du standst fast neben ihm. Warte, musst du andere rechnen, guck kurz auf den Neusten. Das musste ich dir jetzt einfach sagen. Okay, sie kämpft nicht, sie läuft. Oh, oh, siehst du sie? Ja! Bingo! Nice one, Leute. Ich bin gerade das erste Mal als Mörder geworden. Das ist ja sau nice. So, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Mörder-Video wieder gefallen. Wenn ja, ich mich sehr über positives Feedback freuen, schaut auf jeden Fall bei Cubestar vorbei und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao!